Cyberport präsentiert die Pixel Buds Pro von Google. Ob beim Sport, Arbeiten oder Telefonieren zu Hause, die Pixel Buds bieten erstklassigen Sound im kleinen Format. Welche Funktionen euch zusätzlich erwarten, erfahrt ihr jetzt. Das Design der Pixel Buds ist dank des Logos und der farbigen Akzente unverwechselbar. Neben der hier gezeigten Farbvariante Coral stehen euch die Farben Fog, Charcoal und Lemongrass zur Auswahl. Kopfhörer und Case sind mit insgesamt rund 62 Gramm sehr leicht und kompakt. Dank der mitgelieferten Ohreinsätze in drei Größen sitzen die Buds in jedem Ohr sicher und bequem. Die Kopfhörer sind schweiß- und wasserbeständig nach IPX4-Zertifizierung. Dank dynamischer 11mm Lautsprechertreiber genießt ihr jederzeit hervorragenden Sound. Mit der Funktion Lautstärke-EQ passt sich der Klang dabei intelligent eurer Musiklautstärke an. Mit an Bord ist außerdem eine aktive Geräuschunterdrückung. Wollt ihr eure Umgebung nicht ganz ausblenden, haben die Pixel Buds auch einen Transparenzmodus, der euch Außengeräusche weiterhin hören lässt. Zur Steuerung tippt und wischt ihr am Earbud oder nutzt die Spracherkennung. Ihr erhaltet Wegbeschreibungen, steuert eure Musik oder beantwortet Anrufe oder Textnachrichten über den Google Assistant. Die Kopfhörer verbinden sich via Bluetooth 5.0 mit euren Android- oder iOS-Geräten. Ohne aktive Geräuschunterdrückung kommen die Google Pixel Buds Pro auf eine Laufzeit von bis zu 11 Stunden. Ist ANC aktiviert, halten die Kopfhörer 7 Stunden durch. Unterwegs könnt ihr sie im mitgelieferten Ladecase aufladen. Dieses sorgt für bis zu 20 Stunden zusätzlichen Hörgenuss. Geladen wird das Case über den USB-C-Anschluss oder kabellos via Qi-Ladestation. Kleine Kopfhörer mit sattem Sound. Die Google Pixel Buds Pro. Die Google Pixel Buds Pro.